Hallo zusammen, ich bin Daniel von der Uni Ulm und in diesem Video wollen wir die Nutzenfunktion U von X gleich X1 mal X2 aus dem letzten Video erneut durchrechnen, mit einer anderen Rechentechnik, die mehr kann und uns auch einige weitere Informationen über das K-Verhalten unseres Home Economicus liefern wird. Letztes Mal haben wir die Budgetrestriktion so umgeformt, dass wir eine Funktion erhalten, die uns zeigt, wie viel wir uns von einem Gut noch leisten können, gegeben wie viel wir vom anderen Gut bereits gekauft haben. Die eine Menge ergibt sich zwangsweise aus der anderen. Das hat zwar gut funktioniert, aber auch nur deshalb, weil wir hier nur zwei Güter betrachten. Bei drei oder mehr Gütern funktioniert dieser Trick namens Substitutionsverfahren nicht mehr. In diesem Fall benötigen wir den sogenannten Lagroche-Formalismus, eine Technik, um eine Funktion unter einer Nebenbedingung zu optimieren. Wir zeigen den Lagroche hier mithilfe des Beispieles U von X1 und X2 gleich X1 mal X2. Diese Funktion wollen wir maximieren. Würden wir dazu einfach die partiellen Ableitungen nach X1 und X2 bilden, erhalten wir X2 und X1. Setzen wir diese Ableitungen 0, finden wir zwar eine Extremstelle, aber dabei handelt es sich um ein Minimum. X1 gleich 0 und X2 gleich 0 und von daher U von X1 und X2 gleich 0. Ein richtiges Maximum können wir so nicht finden, denn mehr ist ja immer besser. Unsere Nebenbedingung ist die Budgetrestriktion. Diese beschränkt den Spielraum, innerhalb welchem wir nach dem Maximum der Funktion suchen können. Statt einem festen Budget von 10 Euro, wollen wir an dieser Stelle auch diesen Parameter allgemein wählen. P1 mal X1 plus P2 mal X2 sei kleiner gleich b. Wir lösen die Budgetrestriktion dieses Mal jedoch nicht nach X1 auf, sondern formen sie so um, dass auf einer Seite eine 0 steht. In diesem Fall können wir dazu einfach das b abziehen und erhalten P1 mal X1 plus P2 mal X2 minus b kleiner gleich 0. Dann nehmen wir die Seite, die nicht 0 ist, hier die linke, und multiplizieren sie mit einem Lambda, der griechische Buchstabe für L, wobei wir genauso gut irgendeinen anderen Buchstaben nehmen könnten. Wir erhalten den Ausdruck Lambda mal P1 mal X1 plus P2 mal X2 minus b. Diesen Ausdruck addieren wir nun auf die Funktion, die wir ursprünglich maximieren wollten, auf unser U von X1 und X2. Dadurch wird diese Nutzenfunktion zur sogenannten Lagroche-Funktion. L von X1 und X2 und Lambda gleich X1 mal X2 plus Lambda mal P1 mal X1 plus P2 mal X2 minus b. Diese Lagroche-Funktion leihen wir nach allen Variablen partiell ab, und zwar inklusive dem Lambda. Anschließend setzen wir alle partiellen Ableitungen 0. Wir erhalten somit ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Wir können dieses Gleichungssystem auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Hier machen wir folgendes. Aus der ersten Gleichung können wir schließen, dass Lambda gleich minus X2 geteilt durch P1. Setzen wir dieses Lambda in die zweite Gleichung ein, erhalten wir X1 minus X2 mal P2 durch P1 gleich 0. Und damit X1 gleich X2 mal P2 geteilt durch P1. Jetzt benötigen wir nur noch die letzte Gleichung, in die wir dieses X1 einsetzen und erhalten P1 mal X2 mal P2 durch P1 plus P2 mal X2 gleich b. Mit einigen Umrechenschritten erhalten wir X2 gleich b geteilt durch 2P2 und damit auch X1 gleich b geteilt durch 2P1. Abhängig von seinem Budget b und den Obstpreisen P1 und P2 hat der Homo economicus die folgende Nachfragefunktion. X1 Stern gleich b geteilt durch 2P1, X2 Stern gleich b geteilt durch 2P2. Außerdem erhalten wir noch das optimale Lambda, Lambda Stern gleich minus b geteilt durch 2P1 mal P2. Bei b gleich 10 Euro wären wir damit wieder bei X1 gleich 5 geteilt durch P1 und X2 gleich 5 geteilt durch P2. Dasselbe Ergebnis wie beim Substitutionsverfahren aus dem letzten Video. Die Rechnung ist etwas komplizierter, dafür ist das Lagroche-Verfahren allerdings auch universell einsetzbar, wenn eine Funktion unter Nebenbedingungen optimiert werden soll. Mehr als zwei Variablen oder auch mehrere Nebenbedingungen sind möglich. Außerdem liefert uns das Lagroche-Verfahren eine weitere interessante Information, die sogenannten Schattenpreise. Mit seinen optimalen Mengen erreicht der Haushalt einen Nutzen von U von X1 Stern und X2 Stern gleich b² geteilt durch 4 mal P1 mal P2. Wir können diese Gleichung auch als eine Funktion V betrachten, die abhängig von den Obstpreisen und dem Haushaltsbudget das maximal erreichbare Nutzenniveau angibt. Gegeben der Bedingungen und Einschränkungen P1, P2 und B kann ich als Haushalt maximal einen Nutzen von V herausschlagen. Man nennt diese Funktion V auch indirekte Nachfragefunktion des Haushalts. Wie viel Nutzen verliere ich, wenn ich einen Euro weniger für meinen Einkauf hätte? Wie ändert sich der maximal erreichbare Nutzen V, wenn ich das Budget B um eine Einheit verschärfe? Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, wäre eine partielle Ableitung von V nach B. Führen wir diese Ableitung durch, stellen wir fest, dass wir die Ableitung bereits beim Lösen des Lagroche-Gleichungssystems berechnet haben. Sie entspricht einfach minus Lambda-Stern. Abschließend wollen wir noch die Higgs'chen Nachfragefunktion unseres Homo economicus kennenlernen. Im Gegensatz zu der normalen Nutzenfunktion, drehen wir den Spieß hier um. Statt zu einem gegebenen Budget und gegebenen Preisen, den Nutzen maximierenden Einkauf herauszufinden, wollen wir zu einem festen Nutzenniveau Groß U, das wir mindestens erreichen möchten, einen optimal günstigen Einkauf finden. Im Lagroche-Formalismus ausgedrückt, unsere Zielfunktion ist die Gesamtsumme des Einkaufs. c abhängig von x1 und x2 gleich p1 mal x1 plus p2 mal x2. Die Nebenbedingung ist gegeben durch f von x gleich x1 mal x2 größer gleich Groß U. Auch wenn die Zielfunktion und die Nebenbedingung ihre Rollen getauscht haben, können wir wieder das Lagroche-Rezept anwenden. Wir formen die neue Nebenbedingung so um, dass auf einer Seite 0 steht. Dazu ziehen wir hier Groß U ab und erhalten x1 mal x2 minus Groß U größer gleich 0. Wir vergessen die Ungleichung und multiplizieren die Seite, die nicht 0 ist, hier wieder die linke Seite, mit Lambda. Wir addieren den entstehenden Term Lambda mal x1 mal x2 minus U zur Zielfunktion und finden damit die Lagroche-Funktion. Erneut bilden wir die partiellen Ableitungen nach allen Variablen inklusive dem Lambda und setzen diese Ableitungen alle 0. Wieder erhalten wir ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten, dieses Gleichungssystem zu lösen. Eine Möglichkeit ist, die beiden ersten Gleichungen so umzuformen, dass auf einer Seite nur Preise stehen. Also P1 gleich minus Lambda mal x2 und P2 gleich minus Lambda mal x1. Wir teilen diese beiden Gleichungen jetzt durcheinander. Dabei fällt das Lambda weg und wir erkennen, dass die optimalen Mengen im umgekehrten Verhältnis der beiden Preise stehen. Wir können diese Gleichung nach x2 auflösen und erhalten dadurch x2 in Abhängigkeit von x1 gleich P1 mal x1 geteilt durch P2. Setzen wir diesen Ausdruck in die dritte Gleichung ein, erhalten wir x1² mal P1 durch P2 gleich U. Damit finden wir die sogenannten Higgs'schen Nachfragefunktionen. x1 Doppelstern gleich Wurzel aus U mal P2 geteilt durch P1 und x2 Doppelstern gleich Wurzel aus Groß U mal P1 geteilt durch P2. Dies sind unsere Higgs'schen Nachfragefunktionen bzw. die kompensierten Nachfragefunktionen unseres Homo economicus. Um das gegebene Nutzenniveau so kostengünstig wie möglich zu erreichen, kauft der Homo economicus x1 Doppelstern und x2 Doppelstern. Wir können die Lösung überprüfen, indem wir diese Mengen in die Nutzenfunktion einsetzen. U von x1 und x2 ergibt nach einigen Umformungen dann Wurzel aus U² bzw. einfach U. Wir erreichen mit den gewählten Mengen das vorgenommene Nutzenniveau. Soweit zum Lacroche-Verfahren. Im nächsten Video werden wir uns mit den allgemeinen Cobb Douglas Nutzenfunktionen beschäftigen. Eine Verallgemeinerung der hier und im letzten Video verwendeten Nutzenfunktionen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und klick auf Abonnieren. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020